So, Schafis, ihr kriegt gleich ein neues Zuhause. Aber zuerst muss ich hier noch ein bisschen auffüllen. Und die Innenbeleuchtung sollte ich auch noch machen. Oh, ich hab doch so viel Tod hier. So, Erde, Erde, Erde. Ja, hier. Dann würde ich mal sagen, hier kurz Erde. Ihr habt ja gesehen, da vorne hab ich ja ein Loch gelassen. Wahrscheinlich hatte ich keine Erde mehr. Oder ein Creeper. Ah, nein, das ist Wasser hier unten. Okay, alles klar. Da machen wir einfach hier die Stimme. Ich werde ganz bestimmt viele Zombies in der Nacht hören. Ja. Gut, vielleicht hast du dort noch ein Spawner. Das wär ja auch nicht schlecht. Wieso, jetzt hab ich doch einen. Ja, aber ein Spawner direkt, ja. Ich nehm's an, es waren so viele Spinnen da, dass ich davon ausgehe, dass es da ein Spawner hat. Aber ich hab ihn nicht gesehen. Aber ich geh davon aus, dass du einen hast dort. Am besten wär mir, äh, am liebsten wär mir so einen, äh, Bogen schützen. Also, weißt du, die, die, die Skelette. Die Jochen. Ja, du sagst den Jochen, ich weiß. Du weißt, welch ich meine. Die wären natürlich optimal. Weil da könnte ich immer genug, äh, Knochenmehl machen. So, da zieh ich hier noch was durch. Ich könnte ich deine Hilfe hier nochmal gebrauchen. Zum Erde verlegen, weil ich, ich hab hier noch echt, äh, was aufzufüllen. Das ist jetzt gerade in einem schlechten Zeitpunkt, mich das zu fragen. Wieso denn? Weil ich fast auf die Schnauze unten ins tiefe Loch. Was hat das mit der auf die Schnauze zu tun, äh, gehabt, äh, haben? Was? Was hat das mit dem zu tun? Dass ich fast runterfalle, wenn ich mich konzentrieren muss. Ja, ich weiß, aber ich muss hier doch noch ein bisschen Platz haben, sonst kann ich doch... Dann schaufle mal. Ich muss nicht schaufeln, ich muss aufschütten. Dann schütte. Ich schütte ja schon. Wie wild. Dann schütte noch mehr. Wir schütten hier. Aber wäre super, wenn du, äh, sobald du schnell Zeit hast, kurz vorbeischauen könntest. Ja. Weil zu zweit wäre das schnell erledigt. So. Müssen wir ein bisschen schauen, dass wir vormals... Also bis hier muss ich alles auffüllen. Ich ziehe hier mal so eine Linie. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Bis hier mal. Finde ich ganz, ganz... Aber ob ich so viel Erde habe, ist dann die andere Frage, Leute. Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber nicht unmöglich. Ja, das ist natürlich wieder mal sehr spannend mit der Erde aufschütten hier. Was denn? Was treibt denn Tinkerbell schon wieder? Ach, diese blöden Löcher, die gehen mal auf den Keks. So, bis hier müsste ich noch alles auffüllen. Ihr seht schon, also da muss ich noch einiges tun. Oh, je. Ich will nicht. Ich könnte ein Hobbit-Häuschen-Vorratsrahmen. Vorrat. Hobbit-Häuschen-Vorrat. Okay. Also ein Vorratsrahmen. Ich mache mal hier noch das Zeug hier weg, also die Gräser. Die pflanzen wir natürlich später nach. Aber ich brauche jetzt kurz schöne Sicht, dass ich überhaupt weiß, wo ich dann die Zäune und so hinpacke. Hm. Ich überlege gerade, wo ich dann hier ein Feld noch anlege. Oder ob ich zuerst die Zäune mache für die Tiere. Also wir haben, ich habe ja schon drüben welche. Was würdest du sagen, Tinkerbell? Hm, würde ich machen. Ja, aber würdest du hier komplett den Bauernhof aufbauen mit Feld und so? Ja. Oder würdest du das auf deinem, äh, hinten Feld und hier Tiere? Oder so? Nein, bauen. Beides, beides. Okay. Aber das Alter lasse ich dort hinten auch stehen. Sonst ist es danach so kalt. Ja, das kannst du. So. Alles weg. Haben wir ja gleich, Leute. Ja, und wenn ich das hier weg habe, dann sehe ich nämlich auch wieder, wo ich hier weiter bauen kann. So. Das noch. Und dann passt das. Es wird schon wieder dunkel. Hast du mir auch Glas gebracht? Ja, ich habe dir so Gläser gegeben, ja. So, mal kurz schauen, was habe ich hier noch? Hm, hm, hm. So, jetzt, äh, wo mache ich? So, ich, ich, wo mache ich jetzt das Gehege für Dipsy, 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 Dipsy. Du bist, äh, es ist hier immer ein schönes Gehege. Hm. Und es wird dunkel. Super. Ja. Super. Tinkerbell. So, einigermaßen sieht es jetzt da sicher aus. Gut. Ich komme nachher mal schauen. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich... Schlaf denn. Schlaf jetzt auch. Gut auch. Na. Morgenchen. Morgen. Oh, ich habe jetzt eine super... Oh, das ist jetzt super. So. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich es. Ich habe es. Was hast du? Jetzt eine super Idee. Ich kann jetzt das wunderbar verwenden, das teilweise das blöde Zeug hier. Habe ich jetzt gerade so Ideen, was ich da mache. Okay. Hm. Dipsy hat sich, äh, dein, äh, dein, ähm... Ja, du hast ja da ausgeleuchtet. Und Dipsy springt dort rum. Ja, gefällt das. Hm. Wie schon. So, da muss ich noch ein bisschen auffüllen. So. Passt mir noch nicht schon ganz. So. Lassen wir das mal kurz so. Hm. Das schönste wäre natürlich... Ja, jetzt muss ich mal gucken. So Mist. Wo mache ich die Felder? Und wo mache ich jetzt... Für die Schafe? Ich würde sagen eher hinter dem Haus. Und ich wollte ja noch ein Balkon. Das muss ich jetzt aber kurz einplanen. Sonst, ähm... Baue ich da nachher rein. Würde ich sagen, hier kommt dann ein Balkon. Hinaus. Oder machen wir einen Anbau? Ja, wieso auch nicht. Die Frage ist, was kommt dann dort rein? Hm. Und das sollte ich endlich mal machen hier. Das schiebe ich auch schon lange her. Ja, solltest du. Ja, da. Die Tür auswechseln. Ähm, habe ich noch ein bisschen... Tropenholz hier. So ein bisschen was ganz kleines. Ja, habe ich. Ja, weißt du, bei der Tür habe ich immer noch Wiese. Und das sollte eigentlich mal ausgetauscht werden. So. Einmal, zweimal. Tropenholz rein. Äh. Tür wieder ran. Und dann mache ich hier jetzt endlich diese Druckplatten gleich. Dass wir da nicht immer wieder hin und her laufen. Und weil ich nicht immer in die andere Ecke laufen möchte, baue ich mir da jetzt noch eine Werkbank. So. Ähm. Wie gingen die Druckplatten schon wieder? Äh. Das sind Falltüren? Ich glaube zwei nebeneinander. Ich schaue mal. Da, Druckplatten. Äh. Wir brauchen sechs Stück. Das heißt, es reicht nichts. Oder? Nee. Egal. Ich mache gleich noch mehr. So, Druckplatten. Hier einen. Oh, ich habe Druckenholz. Na, wieso geht das nicht? Wir müssen doch. So. Ah, okay. Schade, dass die Druckplatten eine andere Farbe haben. Aber die kannst du ja nur in... Mit dem, äh, der Farbe machen, oder? Eichenholzfarbe. Was? Die Druckplatten. Ja, die kannst du noch. Ist ein bisschen schade hier. Und Knöpfe möchte ich eigentlich nicht. Aber den Boden rausreißen wäre ja auch schade. Och. Überleg, überleg. Wie könnte ich das jetzt umgehen? Hm. Naja, vielleicht fällt mir ja noch was ein. Ich nehme da mal noch kurz den weg. Und packe den hier rein, weil ich hier ja mehr drüber laufe. Vielleicht sollte ich die aus Stein machen. Das sieht vielleicht besser aus. Stein. Ich habe dir ja alles Stein gegeben. Vielleicht habe ich noch was in der Truhe. Ähm. Und ansonsten kannst du bei mir ein bisschen abbauen, falls du Lust hast. Stein. Ja, ich komme sonst nachher schon rüber. Ich plane hier gerade einen Anbau. Und ich muss Stein haben. Ich komme zu dir rüber und hole ein bisschen Stein. Also ich muss ja sagen, ähm, zuerst war ja diese Höhle ein bisschen beängstigend. Aber langsam finde ich, habe ich doch einen guten Ort gewählt. Auch wenn ich Monster im Keller habe. Okay. Im Grunde genommen ist es ja eigentlich so, wie ich es immer mache. Ich habe hier, habe ich eine Hütte und unten dran sind eigentlich die Höhlen. Eigentlich ja, ist gar nicht so beängstigend, wie ich dachte. Aber ich habe nur ein bisschen Angst gehabt, wenn es so zu drunter geht. Was? Ist es hier sicher? Wo? Hier. Wo? Ich habe Tipsi mal hier hingepackt. Äh, da unten würde ich nicht, weil da ist die Höhle. Du kannst hier. Hier oben kannst du, weil ich will hier hinten. Tipsi! Komm her. Hallo. Ja? Ah. Da kannst du auch den Kies wegmachen und da ein bisschen Stein abbauen, weil hier kommt mein Schlafzimmer. Okay, ich tue es, Tipsi, doch hier ins Gehege. Ich traue dir nicht so ganz. Mach wie willst, aber da würde ich es nicht empfehlen, weil da geht es Loch. Jupp. Mach ich. Na, was meinst du mal von der Form? Ja, das sieht gut aus. Baust du den mal ein bisschen nach vorne mit Erde auffüllen oder wie machst du das? Das kommt alles. Okay, ja, ich bin mal gespannt. Ich arbeite nachher schon noch mit Erde, aber im Moment bin ich da. Ja, ich brauche jetzt. Voll, weil mein Ziel ist es jetzt alles, was ich habe, wo unten in den Kisten steht, hier hinzubringen. Okay. Ja, ich nehme mal die Kies mit, die kann ich auf jeden Fall noch gebrauchen. Ich brauche nur ein bisschen normalen Stein, weil ich will ja noch Druckplatten machen. So, ja, ich nehme mal ein bisschen mit. Nur das Nötigste, ich brauche ja jetzt nicht Unmengen. Ich denke, wenn du nämlich fertig bist, hast du so viel Stein übrig. Hast du zufeiligerweise noch ein bisschen Tropenholz? Was soll ich? Ich habe jetzt noch, aber es geht mir bald dann auf. Stein. Tropenholz. Tropenholz. Tropenholz oder welches Holz? Eben Tropenholz. Meinst du nicht das andere Holz? Nein, Tropenholz. Ja. Weil Tropenholz ist der Boot. Ach so. Oh, nee, Tropenholz habe ich nicht, glaube ich mehr. Dann gehe ich später noch kurz hacken. Ein Stück habe ich hier. Und soviel ich weiß, habe ich nichts mehr auf Lager. Ja, kein Problem. Dann gehe ich nachher kurz hacken. So. Ja, wir haben gleich genug Stein. Ich brauche ja gar nicht so viel. Vom anderen schönen Stein haben wir noch genug. Und der brauchen wir ja hauptsächlich. Weißt du, ich mache jetzt noch einen Balkon oben raus. Ja. Achtung, wenn du runterkommst, geht das Loch runter. Ich habe schon gesehen. Ich bin wieder weg. Bis später. Bis später. Dipsy, komm. Geh mal. Juhu. So. Hm. Ja, ich muss hier nur mal so anzeichnen. Weil, bevor ich dort Felder und so mache, muss ich sicher sein, dass ich da nicht in die Quer komme. Aber ich habe ja den Stein nicht wegen dem geholt, sondern diese Druckplatten will ich gegen Steine austauschen. Ich glaube, das sieht besser aus als Holz. Gut. So. Wo? Im Häuschen? Ja, bei mir im Bau im Häuschen habe ich jetzt dieses Stein genommen, aber das sieht irgendwie komisch aus. Zwei verschiedene Steine. Ja, da würde ich auch Holz empfehlen. Ne, da habe ich Holz gehabt. Ich nehme jetzt Stein. Aha. Also Steine, Druckplatten mache ich. Oder, wieso geht das nicht? Oder waren drei nebeneinander? Ähm. Wie gehen dann die Steinplatten gleich, oder? Wie? Es gibt ja auch, äh, Steintuchplatten. Ja. Oder? Ja. Machst du dasselbe einfach mit Stein? Ja, aber es funktioniert nicht. Du musst, glaube ich, die Gebrannten... Muss ich die Gebrannten nehmen? Okay. Ja, ich glaube ich fast. Du musst die Gebrannten... Hm. Da habe ich sie auch noch. Das ist nicht das Problem. Ich habe... Ich baue die sonst eigentlich... Bin mir aber nicht sicher. Ich baue die nicht. Ja, es sind wirklich die. Aber ich brauche sie so selten. Darum war ich mir jetzt nicht sicher. Da. Steindruckplatten. So. Mal schauen. Vielleicht sieht das besser aus. Ja, doch. Doch, 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 doch. Gefällt mir auf jeden Fall besser. Als Alternative. Als das Holz hier. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, ich soll die doch gegen Holz austauschen. Aber... Jetzt können wir nämlich einfach hier rauslaufen. Das ist doch schon mal was. So, hier. Da wurde ich auch gebeten, ich soll das nochmal abändern mit den Treppen. Das wird wie so passieren, weil ich baue hier nämlich noch ein bisschen um. Ich habe nämlich überlegt, dass die Treppen gar nicht dorthin kommen, wo sie jetzt sind. Sondern ich baue die anderswo hin. Ich baue die wahrscheinlich hier hoch. Hier hoch. Weil dann habe ich hier noch mehr Platz. Da kann ich hier noch einrüsten. Aber dann schauen wir später. Ich habe ja jetzt gesagt, als erstes mache ich ja hier schnell den Anbau für unser... Ja, wie soll ich sagen? Für unseren Balkon. Genau. So, Moment. Jetzt müsste ich mal hier abziehen. Ich gehe wieder raus. Also, eins, zwei, drei, vier. Vier. Gehen wir auf vier. So. Ja, das wird langsam... Nimmst du das Gestalt an? Aha. Das ist doch super. Oh, ich... Ich muss ein bisschen noch anpassen, aber sonst... Das ist eigentlich... Ja, ich muss noch ein bisschen Eichenholz sammeln. Schon wieder. So, gehe ich mal kurz rüber. Und ich wäre froh, wenn du nachher auch kurz bei mir noch...